Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Alex Fischer und hier an dieser Stelle möchte ich dir eine speziell aufbereitete Podcast-Folge präsentieren. Diese Folge entstammt dem Immobilieninvestor-Podcast, hat allerdings zusätzlich ein White Paper, auf dem du alles nachlesen kannst. Der Titel dieser Audio-Folge lautet die konkreten Schritte zur ersten Immobilie oder die erste Immobilie kaufen. Hier erzähle ich dir grundsätzlich, welche Qualifikation du brauchst, wie viel Eigenkapital du brauchst, worauf du bei Banken achten solltest, welche Ressourcen du nutzen solltest, womit du starten solltest, was du bei der Lage beachten solltest und wie es allgemein dann weitergeht. Viel Spaß beim Zuhören und Feuer frei. So, willkommen zurück. Heute geht es um das Thema, die konkreten Schritte zur ersten Immobilie. Hierzu habe ich ein Video gedreht, das du auch auf meiner Webseite alex-fischer-duesseldorf.de bekommst und hier werde ich dir zunächst die Tonspur davon einspielen, weil dort erhältst du einige Grundlagen. Ich werde dir aber am Schluss, nachdem die Tonspur eingespielt wurde, noch ein paar wichtige Sachen einsprechen. So solltest du das Video schon kennen, bleib trotzdem dran, denn diese Informationen sind zusätzlich. Also dann, Tonspur ab. Heute möchte ich mit dir über das Thema sprechen, wie schafft man eigentlich den Einstieg in die Immobilie? So, ich werde also immer wieder gefragt, du Alex, sag mal, was braucht man denn eigentlich, um in den Immobilienbereich einsteigen zu können, um investieren zu können? Und hier stelle ich immer wieder fest, dass die Leute entweder ihr Potenzial überschätzen, meist wird es sogar aber unterschätzt. Und diese Fragen möchte ich hier mit diesem Video ein für allemal klären. Das erste, was du brauchst, ist ein stabiles Einkommen und zwar größer 2.000 Euro netto. Damit kannst du jetzt noch keine großen Mehrfamilienhäuser oder Gewerbemobilien kaufen, aber du kannst die erste Eigentumswohnung damit kaufen. Diese 2.000 Euro netto gelten jedoch dafür, wenn du ledig bist. Bist du verheiratet, solltest du 2.500 Euro netto rechnen plus jedes neu dazugekommene Kind 300 Euro. Ganz wichtig auch bei dem Einkommen, es muss nachhaltig sein, so nennt es die Bank. Das heißt, hast du viele Überstunden bzw. Nacht- und Spezialzuschläge, dann rechnet die Bank das runter, dann wäre es vielleicht schlau, wenn du oder deine Frau dir noch einen Nebenjob besorgst dafür. Der zweite wichtigste Punkt, den du noch haben solltest, ist eine positive Vermögensbilanz. Was meint man damit? Du hast einerseits Guthaben und auf der anderen Seite hast du Verbindlichkeiten oder Schulden und wenn man die gegeneinander aufrechnet, also sprich zusammenzählt, dann sollte dabei ein positiver Wert rauskommen. Ist das nicht der Fall, spricht man von einer negativen Vermögensbilanz. Eine negative Vermögensbilanz ist für die meisten Banken das totale K.O.-Kriterium. Jetzt wirst du vielleicht fragen, was fällt denn da eigentlich alles hinein? Ja, das Leasingfahrzeug fällt hinein, auch das finanzierte Fahrzeug, auch der Nullzinskredit beim Mediamarkt, all diese Sachen fallen unter die Verbindlichkeiten. Und wenn du dir jetzt schöne Einrichtung gekauft hast, dann setzt es die Bank mit Null an, das heißt, sie sagt, na gut, Einrichtung brennt morgen ab oder verkauft sie, ist für mich nichts wert, aber die Verbindlichkeiten sind da. Hierzu ist es eigentlich ganz leicht, am besten ziehst du dir mal eine Schufa-Selbstauskunft, das kannst du beantragen bei der Schufa selber oder du gehst in einen Easy-Credit-Store, das kostet zwar ein bisschen Geld, aber dafür kannst du den gleich mitnehmen. Und alles, was da drin steht, sieht die Bank als Verbindlichkeit an. Und wenn du jetzt zum Beispiel 10.000 Euro Schulden hast, beziehungsweise Verbindlichkeiten gemäß Schufa, hast aber nur 8.000 Euro Guthaben, wie zum Beispiel Sparguthaben oder Lebensversicherungsrückkaufswerte oder Bargeld oder was auch immer, dann bist du im Minus und dann bist du für 90% der Banken einfach gestorben für die Immobilienfinanzierung. Also lange Rede, kurzer Sinn, schau, dass du eine positive und am besten gut positive Vermögensbilanz hast. So, der nächste Knackpunkt ist, dass du idealerweise 10% Eigenkapital der zu kaufenden Summe haben solltest, 10-12%. Die Banken sagen euch immer 20-30%, das stimmt, wenn man schlechte Bankkontakte und schlechte Bänke hat, wenn man etwas gute Kontakte hat, dann kommt man mit den Nebenkosten hin, wenn du das Einkommen hast und deine positive Vermögensbilanz. So, und jetzt kommen wir zum 4. Knackpunkt und der vierte Knackpunkt ist jemand, der sehr gute Kontakte zu Banken hat. Also, du brauchst einen sehr, sehr guten Finanzierungsvermittler oder einen guten Freund, der wirklich gute, gute persönliche Bankkontakte hat. So, das sind die 4 Hauptkriterien, die du brauchst, um als Immobilieninvestor mal klein einsteigen zu können. So, jetzt möchte ich dir einfach noch ein paar weitere Tipps runterrasseln, wie du deine Bonität bzw. deine Kreditwürdigkeit aufbauen kannst. Als erstes solltest du immer zwei Konten haben. Ein Einnahmenkonto für dein Gehalt bzw. wo Gelder eingehen von außen und ein Ausgabenkonto bei einer anderen Bank, bei zwei verschiedenen Banken, weil Banker wechseln, werden entlassen, nach oben promotet bzw. steigen auf und wenn du dann einen guten Kontakt zu dem aufgebaut hast, dann bringt dir das nichts mehr. Außerdem bewerte die Bank deine Kreditwürdigkeit anhand den Kontoumsätzen, die du hast. Das heißt, hast du also auf deiner Seite ein Eingangskonto, nimmst dann dieses ganze Geld, überweist es auf das Ausgangskonto und zahlst von dort aus deine Rechnung, sehen zwei Banken deine Kontoumsätze und du kannst bei zwei Banken Kredite aufnehmen. Außerdem noch zwei Tipps für den Umgang mit Bankberatern bzw. für den Aufbau einer guten Linie zu diesen Beratern. Erstens, Banker sind es gewöhnt, dass man zu ihnen nur kommt, wenn es Probleme gibt. Oh, ich habe mein Konto überzogen. Oh, ich brauche unbedingt was und so weiter und es ist immer sehr positiv, Bankgespräche zu führen, wenn gerade alles toll läuft. Also, sprich der Bank zu zeigen, guck mal, ich habe jetzt geerbt, 50.000 Euro, guck mal, ich habe meinen Kredit abgelöst, guck mal, ich habe eine Gehaltserhöhung gekriegt und so weiter und so weiter. Genauso wie man zum Beispiel einen Kredit bei der Bank am besten beantragt, wenn man einen schönen Guthaben hat und wenn man dann das Guthaben mal nicht mehr hat bzw. den Kredit braucht, dann kriegt das der Banker gar nicht mit. Also, der Trick ist einfach, versorge den Banker permanent mit Good News. Zweiter Tipp, gehe auf den Banker ein und gehe in Vorleistung, hilf ihm, gib ihm ideale Unterlagen, bring ihm neue Kunden, sprich gut über ihn, stelle ihm wichtige Leute vor, die du vielleicht kennst usw. Auf diese Art und Weise baust du die Bereitschaft des Bankers aus, auch dir mal was zurückzugeben. Ja, zum Thema Eigenkapital. Eigenkapital kannst du entweder ansparen oder du hast Glück und erbst es oder du kannst es dir auch leihen. Das heißt also, du leistest dir privat, nicht bei deiner Bank, weil sonst erscheint es wieder negativ in der Vermögensbilanz, sondern du hast einen privaten Freund oder deine Eltern und leist dir einfach das Eigenkapital und zahlst ihnen dafür Zinsen. Oder du bringst einen Freund oder Investor oder deine Eltern oder Bekannte dazu, dir eine Grundschuld oder Zusatzsicherheiten zur Verfügung zu stellen, wenn die wertvoll und werthaltig sind, dann bewertet die die Bank ähnlich wie Bargeld. Und hier kannst du auch mit der Bank vereinbaren, dass das Eigenkapital wieder freigegeben wird, nachdem du einen gewissen Teil runtergetickt oder zurückgezahlt hast. Das heißt, du kannst also auch feste Laufzeiten mit deinen Privathelfern oder Investoren ausmachen, wo sie ihr Geld wieder zurückbekommen. Ein weiterer Tipp ist, mach mal eine Liste deiner persönlichen Ressourcen. Welche Handwerker kennst du? Welche Leute, die Erfahrung mit Immobilien haben, kennst du? Was sind tolle Kontakte? Wer gibt dir wichtige Tipps? Wer hat Kontakte zu Banken? Wer hat Eigenkapital? Wer hat vielleicht sogar Probleme, sein Geld anzulegen, weil es so niedrige Zinsen gibt? Mach dir einfach mal eine Ressourcenliste. Wer hat ein abbezahltes Einfamilienhaus, in dem er selber wohnt, das ihm keine Erträge bringt? Kannst du deine Grundschuld eintragen und ihm Zinsen zahlen. Er freut sich, du freust dich. Ein weiterer Tipp ist, du kannst zum Beispiel als Einstieg in den Investmentbereich mit Eigennutz anfangen. Das hat mehrere Vorteile. Erstens, die eigengenutzte Immobilie, an die setzen die Banken nicht so hohe Kriterien an, wie wenn du eine Kapitalanlage kaufst. Bei Eigennutzern drücken sie bei Eigenkapital und monatlichem Einkommen eher ein Auge zu. Unnachteil, du hast weniger steuerliche Vorteile und natürlich sparst du dir die Miete, aber trotzdem, die Kapitalanlage rechnet sich üblicherweise besser, aber als Einstieg kann man schon mal der Bank gegenüber als Eigennutzer auftreten. Und wenn du nach ein, zwei Jahren ausziehst, ist das ja deine Sache und auch gar kein Problem. Der nächste Vorteil des Eigennutzes ist, dass hier die Spekulationsfrist nicht bei 10 Jahren liegt, sondern je nachdem, bei gar keiner Spekulationsfrist beziehungsweise bei drei Kalenderjahren Spekulationsfrist. Hierzu habe ich aber getrennte Videos, die schaust du dir bitte in meiner Seite an. So, jetzt erzähle ich dir noch ein paar Stories von Leuten, die ich kenne, wie sie in den Immobilienbereich eingestiegen sind. Einer zum Beispiel war handwerklich begabt, hatte ein Handwerksunternehmen, hat einfach Rohbau-Dachgeschosse gekauft, also einfach Dachböden, hat geklingelt, gefragt, hallo, wem gehört dieser Dachboden, hat in der Zeitung geschaut, den Immobilienscout und hat einfach Dachböden für kleines Geld gekauft, das hat er teilweise bar bezahlt, einen Teil mit der Bank finanziert. Ausgebaut hat er sie dann mit seinen Handwerkern oder mit Freunden oder selber und auf die Art und Weise hat er natürlich ein fettes Vermögen geschaffen, weil ein unausgebautes Dachgeschoss ist natürlich sehr, sehr viel weniger wert als eine bewohnbare Wohnung. Und dann, wenn er vielleicht sogar selber noch eingezogen ist und sie nach zwei, drei Jahren verkauft hat, hat er den ganzen Ertrag steuerfrei kassiert und hat ab da das Eigenkapital beziehungsweise auch die Gewinne, so dass die Bank ihn gern finanziert hat. Ein weiterer Trick ist zum Beispiel Stellplätze und Tiefgaragen zu kaufen. Dort kannst du für relativ kleines Geld schon mal in die Immobilie einsteigen, siehst den ganzen Ablauf, das ganze Prozedere und wenn du zum Beispiel zehn Tiefgaragen kaufst und du kriegst sie für 5.000 Euro oder für 3.500 Euro, je nachdem, gerade Bauträger verkaufen gerne en bloc mal zehn Tiefgaragen aus zwei Gründen. Erstens, weil sie Geld brauchen, hat was mit Darlehensverträgen zu tun, erkläre ich mal später irgendwann und zweitens, weil die Haftungsfrist gegenüber der Nachhaftung für Mängel dadurch beendet wird. Das heißt also, mit dem Verkauf der letzten Garage starten die fünf Jahre Nachhaftung und deswegen hauen die Bauträger ab und zu mal so ein ganzes Paket Garagen raus und wenn nicht, dann solltest du sie vielleicht mal darauf hinweisen oder ansprechen oder Briefe schreiben. Und wenn du dann so eine Garage, zehn Stück, sagen wir mal für 5.000 Euro gekauft hast, im Fall Neubau und du verkaufst sie dann für 10.000 im Einzelverkauf, ja dann hast du 50.000 Euro verdient. Nachteil dieser Form ist, das solltest du nicht privat machen, sondern lieber eine UG oder eine GmbH machen, weil wenn du das nämlich privat machst, dann infizierst du dich gewerblich. Das heißt also, alle anderen Immobilien, die du dann anschließend kaufst und vielleicht zehn Jahre behältst, sind dann nicht mehr steuerfrei, weil du vorher gewerblich tätig warst und du wirst gewerblich, wenn du mehr als drei Immobilien innerhalb von fünf Jahren verkaufst, sofern nicht mindestens zehn Jahre vergangen sind, in Kurzform. Eine weitere Möglichkeit ist, dich mit jemandem zusammenzutun, der zum Beispiel viel Geld hat, aber keine Zeit oder keinen Bock. Das heißt also, du machst die Arbeit, er bringt das Geld, er kümmert sich um die Finanzierung, du machst die ganze Arbeit von Renovierung, kümmerst dich um die Renovierung, kümmerst dich um die Vermietung, gibt genug Leute, die da Bock drauf haben und auf die Art und Weise kannst du ein Joint Venture machen. Anschließend werden die Gewinne geteilt, du hast sowohl Referenzen als auch Eigenkapital als auch Erträge. So, das sind ein paar der Möglichkeiten, wie man relativ schnell und leicht ins Immobiliengeschäft einsteigen könnte. Ich hoffe, ich konnte damit weiterhelfen. Vielen Dank fürs Zuhören. So, ich hoffe, du konntest bisher mit diesen Informationen etwas anfangen. Jetzt werde ich dir noch zusätzliche geben, die wichtig sind. Grundsätzlich musst du dich entscheiden, möchtest du ein normaler Anleger werden oder möchtest du ein richtig aktiver Anleger werden? Was meine ich mit normaler Anleger? Es ist zum Beispiel so, wenn du beispielsweise Arzt bist oder du reist viel in der Gegend rum, hast viele Termine und so weiter und so weiter. Und wenn du dann mal Freizeit hast, freust du dich einfach zu Hause oder bei deiner Familie zu sein. Das würde ich jetzt als normalen Anleger bezeichnen. Also jemand, der sehr viel Geld verdient, der aber auch entsprechend aktiv ist und sich jetzt nicht ein weiteres Kampffeld aufmachen möchte. Dann kann ich dir nur raten, such dir wirklich gute Berater, die dir alles aus einer Hand liefern. Also sprich, sowohl die Immobilie akquirieren, als auch den Service drumherum machen. Also sprich, eine empfohlene Mietverwaltung dir besorgen, sich um die Finanzierung kümmern, die Kontakte zu Banken haben etc. etc., weil das erleichtert dir das Leben schwer, wenn du das alles aus einer Hand kriegst. Natürlich, wenn du dich selber auf die Suche machst, wirst du natürlich immer ein bisschen besseren Preis finden. Aber dafür sparst du dir bei dieser Version jede Menge Zeit und bevor du es gar nicht machst, machst du es lieber so. Und glaub mir, auf den Zeitraum von 15, 20 oder 30 Jahren ist es trotzdem 7, 8, 9, 10 mal so profitabel wie die Alternative, nämlich eine Lebensversicherung, eine Rentenversicherung oder ein normaler Sparplan. Aber eine Sache ganz wichtig, vertraue bitte nicht blind, sondern folge einfach dem Spruch, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser und mach einfach ein paar Plausibilitätschecks und das Know-how dafür kriegst du ja hier auf diesem Podcast bzw. in meinen Videos. Und der wichtigste Punkt, den du hier falsch machen kannst, ist einfach, dass du zu hohe Preise bezahlst. Und das ist ganz einfach, du schaust einfach in Immobilien-Scout, gibst dort die Adresse des dir angebotenen Objektes ein und schaust einfach, ob die Preise im Markt sind bzw. marktgerecht oder sogar günstig sind. Ich zum Beispiel habe auch einen ganzen Stamm von Anlegern oder Investoren, die sagen, Mensch Alex, das ist mir alles viel zu stressig. Wir sind Ärzte, wir arbeiten viel, wir machen dies und das. Kümmert ihr euch da bitte drum, du mit deinem Team? Also ich selber nicht. Ich kümmere mich nur um den Einkauf, aber die Beratung und so weiter machen dann entsprechende Leute, die haben sich auf diesem Fall speziell auf Ärzte spezialisiert. Das ist einfach sinnvoll. Und natürlich sinnvoller, als wenn du es gar nicht machst. Die Alternative ist natürlich noch profitabler, du kümmerst dich aktiv darum. Also sprich Möglichkeit zwei, du wirst ein aktiver Immobilieninvestor. Und da würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, fang an zuerst mit einer Eigentumswohnung, auf keinen Fall Gewerbe und auch nicht gleich ein Mehrfamilienhaus. Das macht man dann, wenn man ein bisschen Erfahrung hat. Und zwar kümmere dich einfach um eine renovierungsbedürftige Eigentumswohnung, die einfach nicht so toll aussieht, die aber in einer guten Lage ist. Und ganz wichtig, am besten in einer aufstrebenden Stadt in einem Ballungsraum. Wichtig hierbei ist, dass diese Stadt Zuwanderung und nicht Abwanderung hat. Denn je mehr Zuwanderung dieser Ort hat oder diese Stadt hat, desto mehr Nachfrage ist natürlich da und desto schneller und höher steigen entsprechend die Preise. Wenn du auf einen kostenlosen Dienst hast, diese sind normalerweise kostenpflichtig, aber übers Handelsblatt kriegt man eine abgespeckte Version davon, dass man so Städte und Standorte einschätzen kann, wie die in etwa sind. Es geht nicht hier darum, unbedingt die Top Nummer 1 zu haben, aber du solltest auf jeden Fall auf den Punkt achten, dass du dort genügend Zuzug hast. So, hast du diese Wohnung gekauft und entsprechend finanziert, dann geht es darum, sie aktiv Wert zu steigern. Also sprich dafür zu sorgen, dass mehr Miete reinkommt und dass der Wert der Immobilie einfach steigt. Wie das geht, dafür habe ich x Videos, die findest du alle auf meiner Seite alex-fischer-duesseldorf.de, die sind wie immer kostenlos. Noch ein Tipp, versuche nicht quer durch die Gegend zu agieren, sondern such dir eine Nische, die dir liegt. Bist du beispielsweise Handwerker? Wäre es vielleicht zu sagen, jetzt hier am Beispiel Düsseldorf, nein, ich konzentriere mich auf Düsseldorf und zwar auf einen bestimmten Stadtteil und dort auf Dachgeschossausbauten oder auf einen bestimmten Standort, wieder einen bestimmten Stadtteil, ich sage mal Zentrum hier in Düsseldorf und konzentriere mich hier auf Studentenapartments. Also nicht quer verschmiert alles gleichzeitig machen, sondern wirklich auch bei der Suche sich eine Nische suchen, die zu einem passt. So, dann solltest du schauen, das hängt natürlich davon ab, wie gut du finanziell schon dastehst. Viele Leute haben vielleicht zu wenig Einkommen für eine gute Immobilienfinanzierung, dann solltest du einfach daran arbeiten, deinen Cashflow ein wenig aufzumotzen. Hier gebe ich dir einen Tipp, geht allerdings auch wieder nur als aktiver Anleger. Hier in Düsseldorf ist es zum Beispiel so, dass dort Studentenzimmer sehr, sehr gefragt sind und zwar bis 350 Euro. So, bist du also in der Lage eine Sechszimmerwohnung anzumieten und vermietest dann die Zimmer einzeln, ist natürlich aufwändig und macht Arbeit und du musst inserieren und Verträge ausarbeiten etc. etc. Aber faktisch kann man so sagen, wenn die Wohnung in der Anmietung 1000 Euro kostet, kannst du sie in Einzelzimmern ungefähr für 2000 Euro wieder vermieten. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, deinen Cashflow entsprechend zu pimpen, sodass die Bank auch sagt, ach guck mal, der hat ja interessante Nebeneinnahmen. Wichtig ist nur, wenn du das jetzt nur drei Monate machst, interessiert es die Bank nicht, sondern du musst dir das schon nachweisen, dass du das zwei, drei Jahre machst, deswegen fang lieber früher als später damit an. Dann solltest du dir natürlich, um wirklich entsprechend jetzt einzusteigen, einen wirklich fitten Finanzierungsvermittler suchen, der wirklich Kontakte hat zu Banken. Das erzählen sie erstmal alle, aber wichtig ist, dass der private Kontakte zu den Bankern hat, also persönliche Kontakte, mit denen auch mal ein Bier trinken gegangen ist bzw. die einfach wirklich gut kennt und der auch weiß, welche Bank gerade Geschäft möchte, welche Bank auf gewisse Immobilien richtig Lust hat und auf gewisse eben keine Lust hat. Dadurch ersparst du dir viel, viel Rennerei. Und die Bank zahlt üblicherweise den Finanzierungsvermittler, das heißt, da sind schon Provisionen einkalkuliert, auch in den normalen Konditionen. Die kriegt dann normalerweise der Bankberater bzw. dem sein Profitcenter. Das heißt, das koste ich auch nicht wirklich extra und wenn der wirklich gut ist, spart dir jede Menge Zeit und Arbeit. Eine weitere Form, die du noch machen könntest, um den Einstieg zu schaffen, wenn jetzt dein Einkommen noch nicht gut genug ist, ist es einfach, dass du dir einen Bürgen suchst. Also jemand, der ein entsprechend gutes Einkommen hat und mit dir zusammen entweder den Kreditvertrag unterschreibt oder für dich bürgt. Üblicherweise sehr gute Freunde bzw. die Eltern. Achte aber bitte darauf, dass du hier keinen Mist machst, weil sonst hast du bald keine Freunde mehr und deine Familie will dich auch nicht mehr sehen. Dann ganz wichtig, sorge dafür, dass deine Kontoführung mindestens für ein, zwei, drei Jahre 1a ist. Das heißt, keine Rücklastschriften, keine überzogenen Konten, einfach nichts muss 1a sein. Außerdem hol dir mal eine Eigenauskunft bei der Schufa und du solltest auf jeden Fall einen Score, einen Schufa-Score oberhalb von 96% haben. Und auch in der Kreditreform solltest du praktisch total im grünen Bereich sein. Auch da kann man Eigenauskünfte anfordern und entsprechend mit den Leuten verhandeln. Der Schufa-Score wird übrigens auch stark dadurch beeinflusst, ob du zum Beispiel ledig oder Single bist und er wird auch dadurch beeinflusst, ob du oft umziehst und viele, viele Konten hast. Also sprich, wenn du ganz viele Konten hast bzw. sehr oft umziehst, dann reduziert es deinen Schufa-Score. Nicht riesig, aber ein wenig. Also grundsätzlich solltest du auch schauen, dass du ungefähr 10% Eigenkapital entweder dir angespart hast oder dir von Freunden oder Bekannten leist oder organisierst, meinetwegen auch gegen Zinszahlungen. Es gibt allerdings auch heutzutage noch Banken, die auch eine Finanzierung inklusiver Nebenkosten machen. Das heißt bis 110, 112% und teilweise sogar mit Renovierungskosten. Zum Zeitpunkt der Produktion dieses Podcasts ist das die Deutsche Bank bzw. die DSL Bank. Diese Banken ändern allerdings auch regelmäßig ihre Strategien und auch ihre Zielgruppen. Deswegen kann es sein, dass es später schon nicht mehr der Fall ist. Aktuelle News dazu würdest du dann immer auf meiner Seite alex-fischer-duesseldorf.de finden. Bei der Deutschen Bank ist es aber zum Beispiel so, dass die, wenn du nicht mindestens 60.000 Euro brutto hast, du gar nicht bei den Reihen fährst, weil die sagen, Kapitalanleger braucht mindestens 60.000 Euro brutto. Und das kann sich natürlich im Laufe der Zeit sowohl nach unten als auch tendenziell eher nach oben verschieben. Ein weiterer Tipp, den ich dir noch geben möchte, ist die Hanseatic Bank. Das ist eine Bank, die macht sogenannte Nachrangdarlehen für Immobilienfinanzierung. Das heißt, das ist eine Bank, die hat sich darauf spezialisiert, ausschließlich Nebenkosten zu finanzieren und als Eigenkapitalersatz zu dienen. Das ist also ein ganz guter Tipp. Die sind natürlich zinsmäßig auch ein bisschen höher, weil sie natürlich von der Sicherheit sehr weit hinten sind und die Tilgungsraten sind auch höher, weil die natürlich das nicht über 30 Jahre haben möchten, sondern über 10, 15 Jahre abbezahlt haben möchten. Aber bevor man es gar nicht machen kann, ist es einfach eine Möglichkeit und man hat ja zumindest die Wahl. Sondern wenn du diese ganzen Sachen zu deiner Finanzierung gemacht hast, dann erstelle bitte eine sogenannte E-Boni. Das ist also eine elektrische Bonität, ein PDF, bei dem alles ganz wunderbar aufbereitet ist, sodass du das dem Finanzierungsvermittler perfekt aufbereitet geben kannst, beziehungsweise auch deinen Bankern, die du vielleicht hast oder wo du ein Draht zu hast. Denn es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck und der erste Eindruck ist die Selbstauskunft beziehungsweise die E-Boni. Wie man das macht, findest du auf meiner Seite. Dort habe ich ein Video, das dir sehr genau beschreibt, inklusive einem Muster, wie so eine E-Bonität auszusehen hat. So, jetzt solltest du eigentlich ganz gut gerüstet sein, um den Einstieg in die Immobilie zu schaffen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Dein Alex Fischer. Hey, lieber Hörer. Ich hoffe, es hat dir heute Spaß gemacht und es war etwas Interessantes für dich dabei. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann bewerte diesen Podcast positiv. Denn je mehr gute Bewertungen wir hier bekommen, desto mehr Hörer bekommen wir und desto mehr Immobilienprofis kann ich für uns gewinnen. Unter www.alex-fischer-duesseldorf.de bekommst du in den Shownotes die angesprochenen Dokumente oder Links. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und bis bald. Auf Wiedersehen.